musik hallo und herzbekommen zum... Minecraft Varro mit unserem Legendary Varro da nah bei ist der Corex mein teammate jeet jeet, alter und es geht um 50 sekdons Ich bin so aufgeregt, wir werden es schaffen, wir werden es schaffen, komm. Okay, jetzt geht es gleich los. Holy shit. Und ab geht die Olga. Ich habe es wegbekommen, okay, geil. Ich auch. Alter, hier rechts sind welche. Oh, geh mir hin, ich folge dir. Einfach weg, erst mal. Es sind überall welche. Ab geht's, hä? Du hast, hier, ich habe einen gedroppt hinter dir. Ich habe auch zwei Baumstämme, passt schon. Ich habe zwei Schwerter. Hier, nimm das Schwert. Ich benutze übrigens dieses Mal das Hugo-Pack. Ich hole Essen. Wir müssen weiter weg. Ja, Zuckerro, Zuckerro, Zuckerro. Echt so. Alter, für Papier, für Bücher. Das ist wichtig. Ich hasse nichts am Essen in der Nähe. Das legt auch nicht am Start, obwohl wir, wir sind sogar noch mehr Leute als bei Minecraft-Jaro. Da hinten sind noch mehr Bäume, komm. Das sind Schweine, das Essen. Das ist Haram. Heute gibt es Rindfleisch und Lamm, Schweinefleisch ist Haram, Haram. Weg mit... So aufgeregt. Wir dürfen bei dem Projekt jetzt übrigens auch schneiden und sowas. Lass mal weiter weg. Wir sind noch relativ nah eigentlich. Da ist ein Dorf, rechts ist ein Dorf. Oh Gott. Wo bist du hin? Wo bist du hin? Hier unter dem Berg, da wo die Schweine waren. Hier, lass mal da hin. Das ist ein Einzelner, glaube ich. Komm, los geht's. Klatschen. Ich hole jetzt die Karotten da. Hier sind mehr, hier sind mehr Leute. Hier war schon jemand. In 30 Sekunden. Renn, 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 komm, 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 komm. Wir müssen ja weg, Alter. In 30 Sekunden. Dann wollen wir einen töten. Ne, ne, ne. Na. Tschüssi. Ist nicht schlimm. Bist noch weiter mir? Zwei. Eins. Ding, ding, ding. Irgendwie packt gerade meine Chunks, also so, aber ab jetzt geht's los, mal gucken. Da rechts ist noch ein Dorf, rechts ist noch ein Dorf. Lass da hin. Komm. Alter, hier ist so viel Zofferor. Ihr links noch mehr. Nimm alles mit, ich geh zum Dorf dann. Hä? Es laggt, es laggt. Also nicht FPS, sondern Server lags. Oh mein Gott, wir haben eine Schmiede. Was ist drin? Eisenrüstung, Eisenschwert. Als ob sammeln. Und fünf Ovisan. Ich kann's nicht aufs... Als ob fünf Obsidian. Ja, hier nimm's. Hinter dir, hinter dir. Ja, ich, ich kann's nicht aufsammeln. Jetzt. Okay. Lass weg, lass weg. Das war aber gut, das war gut. Ich hab fünf Obsidian. Ich kann bald schon Verzauberungstisch machen. Wie viele Minuten haben wir noch? Nehme ich überhaupt auf? Ich glaub schon. Nehme ich überhaupt auf? Noch mal jetzt vor. Ja, lass da mal schnell mitnehmen und dann schau. Hier, sollen wir noch ein bisschen Holz schnell mitnehmen und dann in die Höhle direkt? Ja, hier vorne, das Holz. Nicht so nah am Wasser, dann können wir nicht so gut wegrennen, weil's jemand kommt. Oh, es sterben schon so viele Leute. Du hast genug Holz. Ich mach mal mal ne Workbang. Digga, das Holz blockt nicht. Hallo. Es, es, es backt immer zurück. Egal, komm. Ah, jetzt, ist gedroppt. Ups. Fighten bei den Legs auf eigene Gefahr. Ja, wir könnten, wir könnten mal Stein abbauen. Ja. Digga, es leckt so hart, gell? So hart, ja, wollte ich auch grad sagen. Ich baue ab und es kommt aber auch wieder. Ich kann's nicht aufheben, nein. Es ist so komisch, gell? Bei mir backt es auch die ganze Zeit zurück im Inventar. Ich ess, ich ess keins, denke ich ess ne Karotte. Okay. Wollen wir weiter? Komm. Ja, ja. Scheiß auf die Werkbank, wir müssen nicht mitnehmen. Ich hab noch eine. Okay, gut. Geh. Zwo. Ich hoffe, du hast nicht die Koordinaten aufgemacht, dass ja einer hinkommt. Ne, noch nie, noch nicht. Für Kohle. Ganz viel Kohle. Ich nehm auch Kohle. Ich baue das mal weiter, aber ich guck hier, jetzt noch mehr Eisen. Let's go, boys, let's go. Ich geh hier weiter runter, wäre gut, wenn du kommst, weil wir gehen so rein. Ich komm gerade, ja. Wieso hab ich eigentlich ein Steinschwert gemacht, wenn ich schon ein Eisenschwert hatte? What the fuck? Äh. Komplett los. Geflex, hier ist nix. Ja, lass einfach runter bauen jetzt. Ja, okay. Komm nicht gerade runter. Ja, wir machen das. Da, 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 da. Oh mein Gott, du musst reinkommen. Ab den Typen. Okay, weiter. Hier rein. Mehr, mehr. Ich bring dich, ich bring dich unnötig rein. Zombie. Wenn du Spieler siehst, schrei ich direkt richtig hart, Alter. Ja, dann komm mal hier hoch, wenn du fertig bist. Lass doch mal braten gehen. Äh, hier Werkbank. Hast du wenig Stein? Ja, hab ich. Hab im Ofen gemacht. Kannst herkommen. Okay. Äh, sollen wir mir dann direkt, wo bist du? Eisen am schmelzen. Hast du Kohle? Ich hab keine Kohle. Ich hab, äh, sechs Kohle, neulaja. Ich hab, aber hier sind sechs Kohle. Ich hab Gold, ich hab Gold. Oh, nochmal mehr. Das reicht. Das reicht für zwei Rüstungen. Das reicht. Wir haben... Ich mach mir schon mal ein Eisenschwirt. Mach das. Ich hab da schon eins. So. Zack, hab ne Eisenspitzhacke. Ich mach noch einen zweiten Ofen. Damit wir essen. Ja. Äh, ich... Oh, brr. Jetzt haben wir noch drei Minuten. Nach einem Parallel craften. Eine hier essen rein. Unten rein. Ah, hier ist richtig viel Kohle. Ja, ich hab's grad aufgemacht. Ja, das ist das Ding. Drei sind Brustpanzer. Also da rechts ist... Das ist ein Tunnelsystem. Da rechts geht's noch weiter. Dann mach ich mir jetzt einen Eimer und nimm schon mal Wasser mit. Du hast Obsidian, oder was? Fünf, ja. Dann müssen wir keine Dia-Spitzhacke machen. Das heißt, drei Dia sparen wir uns. Dann können wir Dia-Rüstung machen. So, ich mach mal das Wasser hier weg. Oh, jetzt... Jetzt in einer Minute ist es vorbei. Unten steht's. Jetzt ist es gleich vorbei. Ja. Ja. Gib schnell auf. Okay. Hab Schuhe gemacht. Dann fehlt mir noch eine Pickaxe. 30 Sekunden, pass auf. Ja, kann hier noch mal... Ja, mach noch eine Pickaxe und dann ciao, Alter. Ah ja, geile erste Folge. Geil einfach. Wir haben Full Iron. Wir haben Obsidian schon. In der nächsten Folge suchen wir dann einfach Diaz. Ist hier fertig? Ja, hier ist auch fertig gebraten. Und ciao. Ich bin gekickt worden. Ich hab's auch noch... Ich hab's auch noch... Ich hab's auch bekommen. Okay, gute erste Folge. Gute erste Folge. Ähm... Das war's mit der ersten Folge. Minecraft Waro. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ist ja jetzt schon mein zweites Projekt. Deswegen... Ciao, ciao. Spawn, der Camper am Spawn!